Der erfolgreichsten Volksmusik-Boy-Group bei Immer Wieder Sonntags. Herzlich Willkommen auf der Bühne im Vox-Club! Sauber! Servus! Servus! Hallo, Dere! Grüß dich! Hallo, Dere! Na, ihr alten Bayern! Schön, dass ihr wieder zu Gast seid! Dankeschön! Gehen wir mal ein bisschen weiter vor, die wollen euch alle ein bisschen näher sehen hier. Hallo! Die Falten habt's, braucht's euch noch nicht leistet, ist alles gut! Ja! So, aber, weil wir da dabei waren, äh, wann wart ihr eigentlich das erste Mal bei mir zu Gast? Durch, glaub zwar, auf einem Sonntag. Ja, da gebe ich dir nicht ganz unbekannt. Schon ein paar Wochen her, um ein letztes Jahr. Nein, das gilt nicht, weil ihr wart zum ersten Mal zu Gast an einem Samstag bei mir, weil ihr habt ja auch geprobt. So ist es, so ist es. Du schlauer Fuchs. Du schlauer Fuchs, aber es war ja 2013, ne? Letztes Jahr, ja. Also damals habt ihr von mir noch einen Welpenschutz gehabt, ne? Aber mittlerweile seid ihr auch Erwachsene mit jungen Burschen, äh, die mit beiden Beinen auf der Bühne stehen, ja? Jawohl! Wie oft habt ihr ein Rocken eigentlich singen müssen das letzte Jahr? Ja, das waren jetzt ein paar hundert Mal, denke ich. Aber noch nicht oft genug. Aber wir wünschen euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, weil sowas brauchen wir nämlich. Absolute klasse Jungs hier. Ja, vielen Dank. Wollen Sie hoch? Aber, ich hab's gesagt. Ich hab's ja gesagt. Dankeschön. Heute, heute habt ihr keinen Welpenschutz mehr, weil die gestandenen Musiker auf der Bühne dürfen nämlich bei mir wieder sonntags immer meine Künstleraufgabe erfüllen. Wow! Und die stelle ich euch heute, die Künstleraufgabe. Okay. Und zwar habt ihr vor ungefähr 19 Minuten den Wetterbericht bei der Tagesschau gesehen. Ja, klar. Ja, klar. Hab's ja nichts anderes zum Tor gehabt, ne? Nein, warte mal. Wir schauen mal kurz noch mal rein. Die Wetteraussichten. Im Nord-Nord-Osten teils kräftiger Regen, auch Gewitter sind möglich, im Westen und Südwesten, neben dichten Wolken, auf freundliche Abschnitte, Höchstwerte 15 bis 24 Grad. Ja, wunderbar bis hierher. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, diese Wetterprognose für den heutigen Tag zu versingen? Zu versingen? Zu versingen. Logisch. Für dich machen wir das. Ja, also, naja, vielleicht wird es sogar ein weiterer Hit. Also, das war jetzt ein ganz wunderbarer Satz, bis zu 24 Grad. Vormittag bis Nachmittag die Wetterprognose für heute, um die zu versingen. Also, ich würde sagen, wir treffen uns in einer guten Stunde wieder hier auf der Bühne. Okay. Alles klar. Oder vielleicht hole ich euch auch schon eher raus, also ihr müsst euch beeilen. Die Weathergirls gibt's ja schon, jetzt gibt's auch die Weatherboys hier. Die Weatherboys, ja, genau. Also, wünschen wir euch viel Erfolg bei euren Einfällen. Und vielleicht gebe ich euch noch einen Tipp auf die Rockme-Melodie. Könnt man ja vielleicht den Text so irgendwie... Wir lassen uns was einfallen. Wir lassen euch was einfallen. Meine Damen und Herren, wir schicken sie nach hinten und kommen auch gleich wieder. Wox Club! Sauberporschen! Ich hab den Männern von Wox Club vor circa einer Stunde eine Künstleraufgabe gestellt, denn um Punkt 10 Uhr läuft nämlich die Tagesschau hier auf der ARD und wie wir es alle gewohnt sind, zum Ende hin gibt es den Wetterbericht. Ich hab sie als Künstleraufgabe gestellt am Wox Club, dass sie quasi den Wetterbericht von heute versingen, also quasi den Text vom Wetterbericht nehmen, auf einen ihrer größten Hits, auf die Melodie von Rockme. Wir schauen einmal kurz auf den Wetterbericht rein. Die Wetteraussichten. Im Nord-Nord-Osten teils kräftiger Regen, auch Gewitter sind möglich, im Westen und Südwesten neben dichten Wolken auf freundliche Abschnitte, Höchstwerte 15 bis 24 Grad. Das ist bei uns hier, das Wetter. So, also, wie schaut's denn aus? Den Text habt ihr alles zusammen geschrieben? Wir wollten dir eine Freude machen, wir wussten, wir haben gehört, du isst gerne Tag. Und wir haben dir auch eine Challenge mitgebracht. Das ist schön, das freu ich mich. Wox Club, eine scharfe Nummer hier, dankeschön. Ich hege und pflege ihn. Ich hege und pflege ihn. Wir holen ihn nächstes Jahr wieder ab, gell? Ja, gut, gut. Sehr schön, vielen Dank. Coole Idee. Also, jetzt sind wir sehr gespannt auf die Künstleraufgabe. Eine scharfe Nummer hier, ne? Bitteschön, eure Künstleraufgabe, Wox Club. Voll verzeihung. Ich sag ja. Im Norden regnet's, des ist ein Witz. Im Norden regnet's, des ist ein Witz. Und im Osten trifft dich bald der Blitz. Und im Osten trifft dich bald der Blitz. Im Südwesten ist es freundlich Holz. Im Südwesten ist es freundlich Holz. 24 Grad bekommt ihr Leut. 24 Grad bekommt ihr Leut. Das ist doch eine saubere Geschichte. Glitz! Das ist unser Wetterbricht. So wird das Wetter heute. Das ist eine große Freude. Wetterbericht. Die Meteorologen haben manchmal gelogen. Zungen haben's weh. Das hat's noch nie gegeben. Erstmal in diesem Leben. Netter Bericht. Ja, das ist, ja, das ist doch ein netter Brit. Der absoluter Hammer. Wir sind der Meinung, das war Hammer. Ey, cool. Das könnte ein neuer Hit werden, meine Damen und Herren. Also die ARD sollte sich vielleicht einmal überlegen, diesen Wetterbericht vielleicht mal in Zukunft so zu präsentieren. Dann hättet ihr jeden Tag fünf Auftritte in der ARD. Ja, ihr seid bereit. Gut, aber ihr seid jetzt auch bereit für euren neuen Titel, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ihr seid bereit. Die Choreografie ist im Kopf. Meine Damen und Herren, Boxklug mit Zibui. 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 Die Choreografie ist im Kopf. Weil der nur ganz zu ihm kippt. Der nur sieh. Der nur schau. Wie du gehst und wie du stehst. Und schau. Schau genau. Wie sie ihre schönen Fragen dreht. Zeh-Wall ist die Wollt. Zeh-Wall ist die Wollt. Wir haben was wir wollen und wir brauchen mehr für sie. Zeh-Wall ist die Wollt. Sieh mal, ich seh boit Die kennen mögen Blüten, wir haben die Sancturin Sieh mal, ich seh boit Sieh mal, ich seh boit Du hast sowas mit Gott, du hast doch noch seh boit Sieh mal, ich seh boit Sieh mal, ich seh boit Wir lieben, was wir haben und wir wollen mit der Früge Wir sind schneidig und fragen worden Haben nie was von rechts dran Haben ein Feilkopf jeden Tag Haben immer ein sauberes Hirn gekocht Die haben Sieh, die haben Sieh Wie du gehst und wie du stehst Wir haben das Schatz, Schatz genau Welchen Wurm, das er wirklich glaubt Sieh mal, ich seh boit Sieh mal, ich seh boit Wir haben, was wir wollen und wir wollen mit der Früge Sieh mal, ich seh boit Sieh mal, ich seh boit Die kennen mögen Blüten, wir haben die Sancturin Sieh mal, ich seh boit Sieh mal, ich seh boit Du hast schon, was mir gehört, du hast doch noch Sieh boit Sieh mal, ich seh boit Sieh mal, ich seh boit Wir lieben, was wir haben und wir wollen mit der Früge Sieh boit Sieh boit Sieh boit Sieh boit Sieh boit Sieh boit Wir haben, was wir wollen und wir wollen mit der Früge Sieh boit Sieh boit Sieh boit Sieh boit Sieh boit Sieh boit Wir lieben, was wir haben und wir wollen mit der Früge Sieben wir, 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 Sieben wir Wir lieben, was wir haben, wir brauchen die Welt zufrieden.